Hallo und willkommen zurück zu Seven und wir werden jetzt hier noch die Aufklärungspots einsammeln. Mal gucken, dass ich auch so wieder zurückkommen können. Mal gucken, wie lange das dauert oder wie lange man da jetzt wieder suchen muss. Wie lange ich da wieder suchen muss. Nicht so blöd bin, das passende Ding da zu finden. Da ist die Suppe aber ziemlich aggressiv reingesabbelt. Neues Produktionsschema in der Nähe. Aha, guten Tag. Stiehlen, Banditen. Hm. Hm. Ah, bitter. Ah. 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 Ah, ah. 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 Masaka Na komm, amit ja noch Was willst du denn noch? So, hier muss noch ein Plan sein Für diese Socke bin ich hergekommen So, da ist noch ein Plan Mittlere Energiespritze So Kombination eingeben Ja, so kann man es natürlich dann auch verkacken Da hätte man die anderen natürlich durchprobieren müssen Ah, okay, das muss jetzt funktionieren Äh Ja Ja, 30 Auroid, Wahnsinn Okay, wir haben jetzt hier dieses Ding Anscheinend muss man jetzt hier Kein so ein Ding finden Okay, dann geht das, ging das schnell Okay Okay Da bin ich noch nicht so wirklich rumgekommen, oder? Ich guck mich hier noch mal um. Neue Quests. Ja, hier war ich noch nicht. Nicht Angst, wir werden diesen wunderschönen Geheimdien. Oh, danke, Vater. Wir waren alle so Angst, und wir... Wir wussten nicht, was zu tun. Ruhig, Drugan, dass die Biomancer das Heilige Wissen haben, um solche Dämonen zu verhindern. Nicht Angst, mein Kind. Dieses Nachtmärz wird bald vorbei. Was passiert hier? Welches Nachtmärz? Ihr wisst nicht? Diese Pfarrung wurde durch einen Dämonen verletzt. Diese Leute haben Drugan für Hilfe. Und die Biomancers antworten ihre Geheimdienste. Was planst du hier hier an? Mit Drugan's Willen, wir werden diesen Schönen Geheimdiener verletzen. Ich werde dann auf meinem Weg. Das ist gut. Wir müssen uns vorbereiten für die Prüfung vor. Ich habe nicht immer Zeit für eure frivolösen Seiteprojekte, Therion. Aber wir sollten hier weiter recherchieren. Lass uns umschauen. Wenn ein Dämonen involviert ist, will ich es finden. Exorzismus für Anfänger. Exorzismus für Anfänger. Okay. Und einen Plan hatten wir da ja auch irgendwo. Da unten. Wir müssen stark bleiben, Leute. Viele Leute sind verletzt, die Minerinnen zu werden. Wir... Wir können das überleben. Hmm... Überlebe ich das? Ja... Ja... Plippalle. Oh... Es gibt auch nochmal Schaden. Äh... Jetzt weiß ich nicht, ob das die Suppe ist oder das Geblitzel. Na ja, wir können auch den Weg nehmen. Ist irgendwie angenehmer. Ne, das macht nichts. Dann war das einfach das Geblitzel. Hier... Kernverbesserung. Elektrizität. 1. Mhm. 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 Der scheint nichts zu sein. Oder... Noch nichts zu sein. Oops. Aha. Da kann man aber nichts machen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Da ist ein Schalter. Ähm, hoops. Okay. Geheimnisvolles, okay, also das ist nix. Was hatten wir denn hier? Exorzismus für Anfänger, aktiv. Aha, da geht's runter. Da kann man nicht rein. Und der ist einfach mal durch die Wand geflogen, na gut. Ich fühle mich, dass sie sich selbst fühle. Hier gibt noch ein Dämon. Das ist ein Mensch, die mir einen Besuch hat. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Und was ist das? Was ist das? Es war noch lange, seitdem ich die Präsenz eines meiner Kind fühlte. Ein Luminaris, nicht mehr. Das ist ein Honour. Was ist ein Luminaris, Artanak? Du kennst diesen Demon? Demon? Ha! Das ist das, was wir uns jetzt nennen, ist es? Ich werde mir erklären, mein Ziel, Mensch. Ich bin die Verantwortung für eine großartige Kraftstoffe, die sehr unter Ihren Fuß. Ich sterbe, aber. Soon, ich werde nicht zu kontrollieren, und eine Kraftstoffe wird explodiert. Alle Menschen, die auf dem Boden, sterben. Ich werde dir helfen. Ich bin glücklich, dass du dir helfen kannst. Ich brauche dir die Kraftstoffe der ganzen Kapazitäten auf dem Boden. Ich brauche das, um die Menschen auf die Gefahr. Wenn wir das tun müssen, gehen wir weiter. Otherwise, wir können beide auch sterben. Danke, dass du mir glaubst. Die Kraftstoffe der ganzen Kapazitäten auf dem Boden. Please, hurry. Mhm. Naja, seltsame Quest. Macht sich jetzt... Macht jetzt, äh, logisch gesehen... Auch wieder nicht wahnsinnig viel Sinn. Oh. Kommt man da nicht hoch? Na komm schon. So, da ist einer. Lass es wie es ist. Es ist ausgeschaltet. Wir sollten dir ausschalten. Ne, voll auf. Hm. Okay. Hat der sich nicht gesagt, ich soll die abschalten? Die Geräte in der Oberfläche voll aufdrehen muss, um die Menschen zu retten. Okay. Das war auf dem Dach. Und dann... Äh... Das ist hier noch einer sein. Hm. Da waren wir aber schon dran. Hm. Wo ist denn der letzte... Das hier sieht auch wieder böse aus. Da kann man zwischenfallen. Ja, wo ist es denn? Da hinten irgendwo, dann wäre die Anzeige aber komplett falsch. Da ist sie, ja. Hm. Kommt man da hoch irgendwie? Na, das sind diese Stellen, die man normalerweise nicht hochspringen kann. Ah, okay. Von da dann runterspringen. Und socken. So. Und Socken. Das sieht aus wie einer der Kapasitoren. Du musst es holen! Lassen Sie mich, schrecklichen Menschen. Ich bin ein Dämon, der Sie schützt. Sie sind nicht genug schrecklich. Die Biomancers können mich nicht schütten. Alles, was sie haben gemacht hat, ist mich schützt. Gehe diesen Ort sofort. Gehen! Far weg! Gehen! Gehen! Oder ich schütze deine Säte. Aber du wirst nie in den Himmeln sehen. Du bist der Angst, ein Dämon. Wir werden dich von diesem Weltkrieg verabschieden. Du hast uns nicht schützt. Vater. Es scheint, dass... Jeder ist definitiv schützt. Sie sind alle weg. Verabschiedet! Wir müssen diesen Schrecklichen in dem Namen von Emperor Droogen. Cochal auf. Die Biomancers! Okay. Please Droogen, please grant your servant the power to exercise this wicked demon. Äh, ich verlasse den Bauerhof. Abgeschlossen. Äh, hä? Ja, 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 ja. Lass mich da hin. Okay, da haben sie dann mal ordentlich die Landschaft verändert, sag ich mal. Hoppla. Das sieht aber schick aus. Boah, da hat's gerumpelt, aber wäre natürlich schön, wenn es hier nochmal irgendwie einen Abschluss oder sowas gegeben hätte. Das ist halt irgendwie... Ich meine, es ist ja nett, dass das so gerumpelt hat, aber... Und dass das hier so Auswirkungen hat. Aber dann lässt man den Spieler danach so ein bisschen im Regen stehen, also... Naja... Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Dingern. Äh... Dass da Ber... Ah, dass da Bergen... ...nur war denn das genau... Kommt nur her. Da auf der anderen Seite. Äh... Okay... Okay... Da... ...hin... Ja... So, dann schauen wir mal hier... Das scheint hier dann auch eher schnell erledigt zu sein. Da ist es. Erledigt. Wunderbar. Und das letzte ist da hinten. Jetzt muss ich dieses... Ah, da ist das Loch. Und dann jetten wir da mal rüber. Wobei, bevor wir das hier machen... Weil da sind wir ja wieder neu an diesem Hauptquartier... Ähm... Gehen wir nochmal gerade... Beispielsweise hier hin... Und an diese Station... Vielleicht kann ich da noch Benzin kaufen. Ähm... Wir haben eine ganze Menge Zeug hier... Aber... Ist noch Alphabet sortiert. Da ist es doch Benzin 17. Mhm. Was brauchte man denn sonst noch? Benzin... Klebeband... Weiß ich jetzt nicht, wie viel ich da noch hab. Klebeband... Ist egal. Kaufen wir einfach alles. Kostet ja nichts. Ähm... Magneten... Ähm... Drähte... Nietensätze... Metallnieten... Und Ketten... Und Ketten... Metall... Lange Ketten... Lange Ketten... Mhm... Fehlen glaube ich immer noch ein paar Benzinkanister... Äh... Äh... Ich geh die gleich nochmal durch... Wenn ich jetzt alles eingelagert hab... So... Und zwar... Klebeband... Das hatte ich ja gerade gekauft... Davon haben wir genug... Sollten noch Namen sortiert sein... Bolzen... Nägel... Und Schrauben... Die haben wir da nicht... Klebeband... Zehn... Nio... Magneten... Ähm... Ähm... Magneten... Die haben wir auch... Dann Benzinkanister... Fünfundvierzig... Dann haben wir hier alles... Ähm... Außer die Nietensätze... Die fehlen mir glaube ich noch... Äh... Metall... Nieten... Ja... Da fehlen mir noch einige... Noch 13... Hm... Die konnte ich aber jetzt... Auch nicht mal weiter da unten kaufen... Metall... Oder hatte ich glaube ich schon gekauft... Da ist jedenfalls nichts mehr... Mhm... Dann gucken wir da auch nochmal vorbei... Der hat nix... Okay... Dann haben wir da vorne glaube ich sogar... Vor einem Auto Marken stehen... Naja... Das ist ein Typ... Okay... Oh... Oh... We will cure you of your ailments... With your mind of sin... Bratpfanne... Bratpfanne... Metallnieten... Wunderbar... Und damit sollten wir alles haben... Ich kann auch mal... Lass es selber schauen... Was der jetzt zum Verkauf hat... Aber ich vermute... Dass das nur Ranz ist... Ja... Nur Ranz... Das hätten sie sich eigentlich auch ganz schenken können... Händler... Dann gehen wir mal... Hier raus... Und gehen wieder weiter... Die Missionen ab... Das hier lasse ich aus... Erstmal... Wir gucken uns das an... Und dann gehen wir nach Norden weiter... Weil die Hauptquest... Die möchte ich dann erst am Ende... Abschließen... So... Ja... Wie kam man jetzt hier runter... Kam man überhaupt hier runter... Das scheint mir nicht so... Das ist... Ein reiner Zielort... Das ist jetzt mal nicht doof... Dann gehen wir da hin... Und dann gehen wir da hin... Dann gehen wir da hin... Dann gehen wir hier hin... Dann gehen wir da hin... Ja, es ist wieder so böse dunkel. Ja. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen irgendwie. Na. Ah. Vielleicht hier hoch. Nein, das sieht gar nicht so schlecht aus. Da kommt man nicht hin. Na gut. Wieder zurück. Und damit hätten wir alle davon abgeschlossen und müssten das noch abgeben. Wunderbar. Dann gehen wir die anderen Quests jetzt abgeben. Wenn ich hier den Weg im Dunkeln zurück finde. Oh, war das... Ne, ist doch noch nicht der Eingang. Zu dunkel. Oh. 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 Licht. Oh. 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 Da haben wir jetzt mehrere Quests, die wir hier weitermachen können. Zwei. Mach es selbst. Und was I matchen will. Begibt sich zum Dorf. Ja. Da sind wir. Finde die Mitglieder von Shattered Legacy im Dorf der RT. Oh. 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 Weißt du genauer Watts? Oh man jetzt noch gotta mal wieder was mit deinem Scha pumped HU day. Van die hatte und wieder nach else was meine Logisierung schüt� car overdreckt. Jeder ist der Nr. 1 Fan, Mann. Wir spielen nicht mehr. Also, keine Ahnung. Entschuldigung über Ziggy, Mann. Er war grumpier seit unserer Band-Mate, Hash, verletzt die Vergangenheit und kam zu diesem Trippi-Village. Wir haben versucht ihn zurück, aber kein Glück. Das ist schade. Ich weiß einen superfan-Fan von Camille, der will alles tun, um zu treffen, dich wieder zu sehen. Ah, das ist ein dummer, Mann. Ich sage dir was, wenn du Hasch für die Band wiederholst, werde ich überzeugen Ziggy, um zu verlassen. Wo kann ich Hasch finden? Oh, er wird in seinem... ...sacreden Spot, oder was auch immer. Er ist im Norden Teil der Stadt. Okay, ich gehe und spreche mit ihm. Okay. Dann will man mal mit dem Burschen reden. Okay. 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 So. We need to make this guy miss his old life, right? Or perhaps realize this one's a load of bollocks. Mmhm? I unveil my branches to the sun. With every breath, I suck life from the soil, through my roots. Was soll denn hier stärker sein? Da muss ich wieder alle Gegenstände durchgucken und gucken, was da stärker ist, oder wie? Bourbon, da. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt reinpacken muss. Das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Eingeweide von einem spezifischen Vieh. Etwas stärkeres, ja super. Ne, das ist mir dann halt schon ein bisschen zu blöd. Das waren Heilkräuter. Ja, die habe ich jetzt einfach nur verbrannt. Super. Ja, ich vermute mal, dass das irgendwelche biologischen Sachen sein werden. Deshalb, ich gehe jetzt mal hier zur Werkbank, mache erstmal die andere Quest fertig. Und dann komme ich mal nach meinem ganzen Schrott da zurück. Und dann, wenn wir da mal alles mögliche reinwerfen. Da haben wir jetzt... Name... Name... Benzin. Bam. Und wir sollen nicht überladen. Okay. Ähm... Klebeband. Kle-Kle-Kle-Kle-Klebeband. Und... Mh... Da. Dann... Magneten. Komm auch einfach alles drauf. Benzin-Könister-Metallplatten und Drähte. Ne, davon brauchen wir gar keine mehr. Ähm... Ähm... Mieten-Sätze. Okay. Ähm... Und dann lange Ketten. So. Und danach muss ich sowieso wieder da hin zurück. Dann kann ich den Rest doch einfach wieder weglegen. Geben wir das mal ab. Ich habe Bauteile gefunden. Hm. Mhm. Mhm. I'm sure it did. I can't thank you enough. All this will keep the disciples going for a while. I'll be on my way. Alright. Back to work for me then. Ja, großes Finale Nichts passiert Super Immerhin haben wir Rune R gefunden Schärfen 3 Und Irgendwas des Konstrukts bekommen Arm eines Konstrukts Dieser demontierte Arm Der aus einem mechanischen Konstrukt geborgen wurde Kann als Waffe benutzt werden Er ist unhandlich und leicht makaber Hm Naja, immerhin halt diese Rune Wie hieß die Quest noch, die ich jetzt abgeschlossen hatte Ähm Tja, was war denn das? Ausbruch Erinnerungsgute Lügen und Fabrikation Ne Mach es selbst Irgendwie konnte ich alle Teile beschaffen Die Hinbrick benötigte, um die AT-Junger eine Weile instand halten zu können Er hat mich mit einer bedrohlich aus, die eine Waffe belohnt Das gefällt mir Mh Naja So Und das kann jetzt auch alles da rein So, und theoretisch könnten wir jetzt alles davon mitnehmen Schädlich für lebende Organismen Schädlich für lebende Organismen Affenfleisch Ne Atemik Heilgebräu macht eigentlich keinen Sinn Aber nehmen wir mal Ich schätze mal das eher nicht Schädlich für Das hier ist, glaube ich, eine Droge Namen ihrer Vorsteigen Außenerscheinung Dorian ist Stink natürlich Einen als süß Und anderen als Kloake empfunden Ah Naja, das könnte schon Das könnte das dann schon sein Unappetitliche Konsistenz Das nehmen wir auch mal mit Menschenfleisch Könnten wir da auch rüsten Ich bin mir jetzt eigentlich schon ziemlich sicher Dass das das Dorian sein muss Das ist eigentlich Schon Schon sehr eindeutig Ich unveil my branches To the sun With every breath I suck life From the soil Through my roots Like the mighty tree I know you're there But I won't acknowledge you Genau So, dann Äh, der Oder auch nicht Keine Auswirkungen Werfen halt sämtlichen Schrott da rein Na super Dann doch etwas Stärkeres Falls es dann hier überhaupt Ein, was von ist Und nicht in dem Vom anderen Gedöns Äh Nährstoffe Nö Larven Sie werden verwendet Um Beerdigungssalben Und Beruhigungssalben Für den Genitalbereich Herzustellen Mhm Das sind alles Mondschein Zu Blindheit Führen können Kann natürlich auch sein Dass ich da mehr von Reinkippen muss Das wäre aber schon Ziemlich böse Diese Frucht Wird auch als Sauersack Bezeichnet Das ist ein Wink Mit dem Zornfall Sie ist so sauer Dass ich Selbst ich es Schmecken würde Das wird es aber auch Nicht sein Muss ich denn Wirklich erklären Was das mit einem Menschen Anstellt Jetzt streng Ausnahmsweise mal Die Gerinnzellen an Ich glaube daran Dass du von alleine Drauf kommen wirst Mhm Abführende Wirkung Nehmen wir auch mal Zwiebel Na da ist jetzt so Eigentlich nichts Was da wirklich Eindeutig wäre Vielleicht muss man davon Mehrere Reinkippen Probieren wir den Kram noch Und wenn das auch nicht Funktioniert Dann schaue ich nach Wobei wir sollten Auch seine Unterkunft Untersuchen Finde einen Weg Um den Lautsprecher Einzuschalten Beschaffe eine Reihe von Metallplatten Und Drähten Und ein Stück Klebeband Also wieder runter Also Metallplatte Drähte Und Klebeband Klebeband Metallplatten Drähte Ich kann auch mal gucken Ob ich nicht Hier irgendwas hab Was man Verbrennen könnten Das hier Ja aber das wird dem Wahrscheinlich dann Ah shit Können wir noch Verbrennen Was haben wir denn Sonst noch Da Ionische Flüssigkeit Stimmbänder Aber auch Lumpen Selbst Sklave wird die Na gut Wenn man die verbrennt Werden wir auch nicht Besser riechen Aber wahrscheinlich Wird das das nicht sein Schleim Es ist noch herrlich warm Sollte nicht als Getränk Konsumiert werden Verfaultes Fleisch Siehst du die Fliegen und Maden auf diesem Fleisch Das ist ein Warnhinweis Naja Da ist es auch Nicht mehr So Ich habe Ich sehe, dass Menschen oft suchen Beziehungsweise wenn sie erleben Musik Vielleicht eine Party ist in Ordnung Gut Denken Daemon Wir holen Axel ein paar von diesen Arty So, dann müssen wir hier noch Zeug reinpacken Und da habe ich aber keine Ahnung Oh, okay Das hier ist gar nicht Gar nicht verbrutzelt Na gut, dann wird mehr Wohl auch nicht nutzen Ein paar Sachen brennen, ein paar nicht Die sind jetzt alle abgefackelt Na gut Ja, dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen Und dann werde ich mal nachschauen, was man da reinhauen muss Weil das da rumzuprobieren, ist mir dann doch zu blöde Dann werden wir hier beim nächsten Mal weitersehen Bis dann